Und dann gehen wir zu den Normandien, wo die Normänner sind. Aha, aha, es ist eine Römer der Welt. Und tada, so. Das, das ist, ist der echte, äh, Ursprung der Welt. Da waren zwei Gallier, die haben Römer geprügett und desto mehr Römer, die geprüget haben, desto größer die Welt wurde. Ihr habt gar keinen Gott oder jemand anderes, oder Urknall, es sind Gallier, die Römer geprügelt haben, die die Welt geschaffen haben. So, jetzt mal so richtig alte Wasser-Sundfeld. Oh, wenn ich mich recht erinnere, wenn ich hier nochmal all die Kräfte finde, hier am Boot, dann gab es eine Römer, wo ich erstmal all die Kräfte finde, ohne weiter zu erlaufen. Jawoll! Und da, ihr werdet, da sind wir nicht mehr mit aufhacken können. Sind so tief, die Sonke. Und bevor wir, der hat mir hier voll quatscht. Ziemlich kalt hier. Meinst du nicht? Diese Kabelplattform funktioniert nicht automatisch. Jemand muss sie ziehen, damit sie sich bewegt. Aha. Asterix muss sich auf die Plattform stellen und Obelix darunter. Du musst auf die Aktionstaste drücken, damit Obelix das Seil unter der Maschine ergreift. Wenn Obelix die Plattform ziehen und sich gleichzeitig bewegen soll, musst du die Aktionstaste gedrückt halten. Hier sind vor nicht allzu langer Zeit gallische Gefangene an Land gebracht worden. Schneller! Ihr müsst sie einholen! Harry! Oh. Einfach verblüht. Aber jetzt mal blüht noch. Oh. Oha! Speer! Oh, da sind Fresche da! Jetzt war hier der Speer-Schütz! Äh... Ich glaube nicht so, was man gesperrt soll. Tony! Oh, das ist doch! Oh! Oh, das ist... Oh! Oh, das ist... Oh, das ist... ...ein Campion, die Verküden! Oh, 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 oh. Ah, da ist hier Duntheid. So, jetzt freu ich mich, aber what who? Ich finde nur eine Schildgrundinformation, die du einen auf die Kasse bekommen musst. Aber ich kann es sehen. Oh ja. Die soll sich ein bisschen erhöhen gehen müssen. So. Nee, das ist super. So, da ist die Sachen gekrönt auch hier. So, dann noch die paar Kissen und dann fördere ich mich hoch da auf die Plattform. So. Kistenprügeln. Genau, wer Black Meter angeguckt hat, da war auch Kistenprügel. Er wusste einfach, da war kein Entkommen drin. So, bevor du siehst, da sind noch schöne Stahlkisten. Was sag ich da? Zehner Bonus. Zehner Bonus. Zehner Bonus. Wo ist Zehner Bonus? Aha, da war Zehner Bonus. So, jetzt sind wir jetzt hier mal die Goldene Halbe richtig. Dann werdet ihr ja nicht in den Bildgestatt ziehen. Wird ihr ja schöne Saturn dort. Ist auch ne schöne Puzzer. So. Ach so. Aha. Einer Störter. Na, 2, 3, 4. Ah. Schon komm. Einerйmanyllllll. Oso. Fl ossos , Wir dauern kurz nach der anderen Seite welche der…? Total Partner für den Na, 8, 9, 9, 10. Aua! Nasch langweiß das Geld ist gefeiert... Ja, jetzt hat er nur nochすごい gekauft... Und so sieht man so jede Karte Platz aus, wenn man ein bisschen zu lange vernachlässigt. Und das war's. Jawoll. Hat ich gedacht, das Ziel ist gut. Ich weiß nicht. Knopf Nummer 3. Wo ist ein... Oh, da. So. Aber jetzt müssen wir mal wieder... Wip! Lohbeck-Kränze Nummer 2 von Alf. Wir machen Fortschritte. Und bei denen halte ich das Fleisch. Ich muss mal hier einfach kurz zu fackern. Zuh! Und dann können wir jetzt mal... Din Handler weg. Und dann können wir jetzt mal... Ja. Und dann können wir jetzt mal... Ich muss nicht das weg. Ich muss nicht das weg. Ich muss nicht das weg. Guten Tag. Mal sehen, was ich auf Lager habe. Aha. Du kannst jederzeit wieder vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal. Oblex hat dort jetzt... So. So. Du willst jetzt verzagen, glaube ich, wa? Jawoll. Sei vorsichtig. Jawoll, mach ich. Diese große Plattform voller Römer ist ein Aufzug. Aha. Stell dich drauf. Und entledige dich der Römer. Damit sie sich nach oben bewegt. Aha. Sind die Römer also noch schwerer wie Oblex? Oh, oh, oh oh oh. Huh. Boah na, na. Missed. Oh, oh oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Kann ich nicht kommen. A-bar. Oh, 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 oh. Wenn man hier abhört. Das kann man hier abhört. Nein, ich hab so eine Vorahnung. So, jetzt kann ich so machen, da haben wir. Hey, auch, da ist noch Obelix. Mit Obelix kann ich noch die Eisen kissen. Jawoll. Jetzt wohl, ob er ja das Ding an ist, dann ist das auch schon kein Problem. Ne. Obelix. Bitte. So, die Punkte hier gedammelt. Dann mag ich einmal auf eine Tür. Hier. Hier haben wir eine Anzerbeamung noch dabei. Ah, da ist eine Gewinnheit. Ah, da ist ein Obelix von der Karte. Da ist ein Obelix. Da ist ein Obelix. So, da sind die Wälder geholfen und jetzt wieder Feuer holen. So, die Wälder sind geholfen. So, die Wälder sind geholfen. Ah, wo die Wälder sind? Okay, so ein bisschen zu vertreten. So. Oh, das ist weg! Also für B war es weg, weg mir! Die Schattenpacke noch für immer! Es gibt mich so ne Vorahnung, ich würd den gleich nötiger... So! Mach weg! Einmal überschreiben, jawoll! So, sieh, die Beu... äh, umgegen... Oh, was ist das? Was ist das? So, sieh! Sieh, der Schattenpacke! Alle mit ihm, ich kenne die Zerstörungen! Was ist es, was ich so nehmt? Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. schon. Ich muss einfach mal ohne Platz raten. Das hängt bei mir vor. Ehhh, find das einen da, auch ein Spreuer für das, aber hat ja noch eine Phase muss, die du sagst, da die du dann haben willst. Uhhh, das EINFELD ist nicht erlogisch, aber ich hab's nicht ohne werfen. Hrrrrrrrrhrrrrr Hrrrg Aber ich muss die Kacke nicht mehr Und dann habe ich mit dem So aber erstmal Ja, ich kann die Kacke nicht mehr zusammen Ich muss das allerwichtigste Kacke nicht mehr Aber ich kann die Kacke nicht mehr Was ist das? Was ist das? So, aber da sind noch ein paar Eisegäste, das bedeutet, ich würde gleich ein paar Obelix machen müssen. Und davor würde ich... Aber erstmal, da muss ein Haufen Eis gespricht werden. Dann machen wir da mal kräftig Eis sprengen. Schön vorsichtig platziert. So, da muss ich glaube ich einen Wechsel machen auf Obelix. Ne? Achtung! Rutschgefahr! Ich hatte mit Zaubertrank machen müssen. Oh, ich durf. Ich gebe dir ein Geschenk, wenn du es schaffst, die Helme einzusammeln, die auf diesem Abhang verteilt sind. 2000? Oha. Ich hatte die Kiste kaputt boxen müssen mit Zaubertrank. Oh ja, Chance verspielt. Oha, was ist das für Eisbügel hier? Ohas ist das für Eisbügel hier? Ich habe nicht die Kiste kaputt, aber... Ah, komm, doch mal wieder. Ich habe nicht die Kiste. Oh, die Kiste kaputt. Oh, ich habe auch ein Kiste kaputt. Oh, ein Kiste kaputt. Oh nein. Nein. Ich bin so die Zeit gegangen, so. Ja, ist ein bisschen gewinnig geworden. Oh ja, natürlich, du kommst auch von dem Moment und hier, da kommen wir von den Staten, wa? So, kein Lötch, ja. Ich weiß, da kommt jetzt ein Lorbeck-Kranz raus, aber den brauchen wir nicht unbedingt. Wäre schön, aber wir sind ja hier kein... Du hast es nicht geschafft, die erfordert... Ja, ich weiß es. Du solltest vielleicht das Transportkatapult verwenden, um wieder hochzu... Dieses Katapult kann bis zu drei Personen gleichzeitig in die Lüfte befördern. Damit kann man riesen Entfernungen zurücklegen. Und keine Angst vor der Landung. Es besteht keinerlei Verletzungsgefahr. Ja, um es zu benutzen, musst du es besteigen und auf die Aktionstaste drücken. Man hat jetzt... Besteigen... Oh, krömer. Oh ja, ich werde jetzt wiederholen, dass wir jetzt hier... Einen gemütlichen Ländchen, die wir hier rein haben. Dramatische Musik Und die Lampen sind zu be consequence. Aber sie können nicht so sein. Langsam nicht nur so sein, dass wir jetzt hier. Dramatische Musik Und dann gibt es wieder... Das ist nicht so, die Läuferung und... Und also so, das ist das. So, das ist ja auch schon einig. Oh! 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 Jep! Komovic! Komovic! Ah! Psycho-Bloid! Oh! 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 Vielleicht habe ich ja nicht mal die 5000 für den nächsten Endler um den Wut-Kontakt zu halten. Treuer! Oh... das sind Scherriff-Schütze... Da freu ich mich doch mal gar nicht drauf. Da war der Lobby, der sowieso nicht so gut bekommen hätte. Ok, da geht nicht mehr auf. Wäre schon eine Einladung gewesen. Oh, ich dachte, da war ich nicht drauf. So, ich weiß nicht, ich war nicht von Schauer. Oh, du Sperrschütze. Ich bin nicht von Höhlschütze. Ich bin nicht von Höhlschütze. Ich bin nicht von Höhlschütze. Ich bin nicht von Höhlschütze.